Jo Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 mit dem Friedrich. Boah, fuck doch wieder in der gleichen Sitzung. Und mir den Tostny. Hä? Ist egal. Ich bin extra noch mal rausgegangen. Du, jetzt kannst du wieder gut sein, weil wir jetzt wieder zusammenspielen. Also jetzt kann sich mal wieder ein bisschen anstrengen. Ich schieße dich jetzt erstmal ab, Alter. Was machst du? Ich schieße dich jetzt erstmal ab. Das glaubst aber auch nur du. Wo bist du denn? Ach da. Hast du ne Macht? Ich hab dich abgeschossen. Ja. Das wollte ich mir... Alter hast du ein Glück gehabt. Ohne Spaß, ey. Wollte ich mir mal gönnen, ey. Wenn ich dich schon so jetzt in dieser Runde nicht mehr abschießen kann, dann musste ich dich jetzt mal so abschießen. Was soll ich denn da machen? Ey, glaub um die Ecke rum, auf immer kommt da C4. Wer zockt denn mit so ner Noob-Scheiße? Ja, du. Ja, du. Was war ich bitte? Aber es ist noch nicht verbreitet. Da weiß ich nicht. Wie du hast mir wollt, dass du mich gleich mal abschießen. Ja, am Anfang. Bin leider gestorben dabei. Ach, der wollte die Bommelblenden. Damit, äh, sind wir 1-0 zurück. Verdammt. Suchen und zerstören. Suchen und zerstören. Ich hab die Bombe. Nee, doch nicht. Nee, ich hab sie. Ich hab sie. Alter, ich würde die jetzt schon wieder am liebsten dafür abschießen, ey. Ey, das gibt es nicht. Mann, 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 was schießt mich ab? Die Bombe liegt unten. Ja, geil, ey. Da muss ich erstmal von hinten. Alter! Wie kam er denn da rumgesprungen? Alter, kann mir mal einer erzählen, wie ich gerade eben gestorben bin? Wie er da rumgesprungen ist? Ey, es kam eine Granate geflogen und dann war ich tot. Ja, hast du das nicht gesehen? Der Bommeltyp kam auf den Boden geschlittert da rum. Ach so? Alter, der Kill sah aber mega geil aus. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Wer labert denn jetzt hier schon wieder? Alter, für'n Arsch, wie schnell ich einfach mal tot war. Das war eben scheiße, ey. Ach nee, ich freu' keinen Platz, ist geil. Ich glaub, der Larry kann nicht singen. Und da bin ich nicht der Einzige. Was ist der denn jetzt? Was für tot? Alter. Ey, so eine Grünsohnscheiß. Pass auf, du bist bestimmt der von C4 tot. Ja, wahrscheinlich. Ach, Claymore, fick dich! Diese Runde haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Ey, Claymore. Ich hätte ja auch nicht irgendwie mal vorher gucken können. Nee. Ich renne da volle Kanne hoch, ey. Perfekt, da kann man das nicht treffen. Fuck, ey. Boah, 3 0 zu 3, ey. Ohne Spaß. Suchen und zerstören. Hast aber gut hinbekriegt. Das Ziel beschützen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab ne Glanzleistung hingelegt. Hab ich so das Gefühl. Ey. Ich wurde gerade mit angehittet. Ohne Spaß, ey. Was ist denn der jetzt hier hin? Mann! Nein! Oh, was für ein Arsch. Guck euch, bin nicht einmal gestorben. Ey, krass. Aber wir sind doch bloß noch drei Leute im Team. Ja. Ich bin eben noch mal kurz rausgegangen. Hab mich noch mal abgeregt. Und dann bin ich noch mal reingekommen. Oh, sehr gut. Wie geil. Der ist gleich tot von hinten. Ja, wir haben 0 zu 4 verloren. Ich hab einen Kill. Saftig. Baff dich. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Scheißrunde. Das ist einfach gut. Äsatger. Aber wir gehen mal kurz vor.